Aber hier ist irgendwie alles Agro. Keine Ahnung, du kriegst hier von jedem Monster die Agro rein, bisschen komisch ist jetzt schon. Eigentlich wollte ich ja hier meinen Skill upgraden. Ja, mach ich auch erst. Wir bringen das zurück, dann haben wir hier gleich ein Portal. Keine Ahnung, ich lass mich da nicht von dem verarschen hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Nee, 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 nee. Nicht mit mir. Ich glaub hier ist es. Hier in dem Haus kann ich mir vorstellen. Der wollte mich verarschen, der Wichser. Kannst du mir glauben. Der wollte mich richtig über den Tisch... Alter, ist das ein Wichser. Oder da war ein Fehler bei dem hier mit dem Abgeben mit dem Koordinatensenden. Kann natürlich auch sein, ich würd's hier nichts unterstellen. Trotzdem würde ich das ja nochmal überprüfen, wenn ich es so abschicke. Wir skillen natürlich alles für 69.000. Ja. Richtig cool. Jetzt haben wir hier ne volle Leiste. Trigger kommt. Wenn ich draufhalte, dauernd durchdrücke, ist das ein Bestärker oder was? Oder geht es schneller vielleicht? Ist auch mal gut zu wissen. 18k. Casting Time. Eine Sekunde. Bleeding, also kommt das auf die Scheiße. Da ist schon so... Jetzt muss ich mal gucken. Das ist natürlich doof hier. Können wir ja mal... Hier können wir das so machen. Ja. So geht es. Kann ich schön nebenbei spielen. Ab 4 drauf packen und so. Jetzt muss ich so... Ja. So passt das. So. 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 jetzt haben wir den Frostbolt hier. Ja. Gucken wir mal ob das klappt. Ja. So läuft das. Den packen wir hier hin. Ist angenehmer für mich so. So läuft das. So. Wobei wir den Frostbolt vielleicht hierhin machen. Probieren wir noch mal. So läuft das. Ganz nach meinem Geschmack. Willst du BVP oder was? Was ist das? Der Skill gefällt mir, wo er so drauf pallert. Muss ich sagen. Ach du Scheiße. Was ist das? 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 Oh, hier droppen wir richtig gute Sachen so. Allgemein. Viel Gutes. Wenn wir was droppen, dann wirklich. Zwar nichts für uns, aber grüne Sachen und blau. So lässt sich arbeiten. Dann wird das. Viel besser. Das war's. Okay, jetzt heißt das nur quatschen hier. Jetzt machen wir dann quatschen wir erstmal. Okay, the man of the past. Haben wir hier nicht. Shit. 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 Ah, schaffst du's allein noch? Nee. Hier ging der vorhin auch fest. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt nur... Scheiße. Ich hoffe, es hat euch gebeten. Ich hab keinen Plan mehr. Jetzt haben wir die. So hier abgeschlossen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn hier? Vielleicht in einen Dungeon rein oder so? Was ist das denn? Hier waren wir auch noch nicht. Gehen wir dann machen da auch noch ein paar Quests übrig. Ne, das ist in der anderen Gegend schon. Oh, jetzt können wir hier craften. Schon gut, erstmal möchte ich gerne das andere doch abschließen. So. Hoogstone Valley könnte das sein. Ach, hier ist das. Alles klar Leute, ich würde sagen, hier mache ich erstmal Schluss. Hier ist der. Oh Mann. Also ich bin doch echt bekloppt hier. Alles klar Leute, ich würde dann sagen, reingehauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. endedoba. Ciao. verra 41. behaviour hail 1 Und nous